Salut! Heute werden wir uns mit dem Passi-Composé beschäftigen. Das ist eine Zeitform der Vergangenheit und entspricht dem Deutschen perfekt. Schauen wir uns dazu erst einmal eine kleine Geschichte an. Hier, j'ai invité mes Amis chez moi. Charles est arrivé avec Louise, ils ont préparé un gâteau, Marie a apporté des fruits et Jules a mangé une pomme. Diese kleine Geschichte steht im Passi-Composé und das werden wir uns nun anschauen. Passé heißt Vergangenheit und Composé bedeutet zusammengesetzt. Das Passi-Composé setzt sich zusammen aus einem Hilfsverb und einer speziellen Verbform, dem Participe passé. Ein Beispiel. Jules a mangé une pomme. A ist hier das Hilfsverb, nämlich eine Form von avoir. Manger ist das Participe passé von manger, essen. Schauen wir uns die Hilfsverben des Passiers-Composés näher an. Das sind avoir und être. Beide solltet ihr hierfür im Präsenz konjugieren können. Erinnerst du dich, wie das geht? Kleine Wiederholung. Avoir. Je, tu as, il, elle, on, na, nous avons, vous avez, ils, elles, sont. Und jetzt être. Je suis, tu es, il, elle, on, na, nous sommes, vous êtes, ils, elles, sont. Nach dem konjugierten Hilfsverb steht dann das Participe passé. Wie du das Participe passé bildest, schauen wir uns jetzt an. Die Verben auf ER bilden ihr Participe passé mit Ö-Axentégü. Das heißt, dass du die Endung ER durch ein Ö-Axentégü ersetzt. Ein Beispiel. Aus parler wird parler mit E-Axentégü. Aus aller wird aller und aus acheter wird acheter. Du merkst schon, dass das Participe passé genauso klingt wie der Infinitiv, also die Grundform des Verbs. Das ist bei allen ER-Verben so. J'ai invité mes amis, ils ont préparé un gâteau. Die Verben auf IR, wie zum Beispiel finir oder dormir, bilden ihr Participe passé meistens auf I. Aus finir wird fini, aus dormir wird dormi, aus partir wird parti. Die Verben auf RE haben meistens ein Participe passé, das auf U endet. So wird aus vendre vendu, aus rendre rendu und aus descendre descendu. Einfach, oder? Natürlich gibt es auch ein paar unregelmäßige Partizipien, die du später kennenlernen wirst. Am besten ist es daher, das Participe passé immer gleich mitzulernen, wenn du einem neuen Verb begegnest. Wie du schon weißt, wird das passé composé mit den Hilfsverben avoir und être gebildet. Vielleicht fragst du dich jetzt, wann man nun welches Hilfsverb benutzt. Das Hilfsverb être verwendest du vor allem bei Verben der Bewegung. Welche sind das? Dazu zählen die Verben des Ankommens, wie arriver, venir, revenir, aller und entrer. Ebenso die Verben des Zurückkehrens, rentrer und retourner, stehen im être Haus. Typische Bewegungsverben sind auch monter, descendre und tomber, sowie die Verben des Aufbrechens, sortir und partir. Auch passé und rester bilden das passé composé mit être. Und zuletzt noch drei Verben, die nichts mit Bewegung zu tun haben. devenir, werden, mourir, sterben und netre, geboren werden. Versuch dir diese Verben gut zu merken. Bei allen anderen Verben benutzt du das Hilfsverb avoir. Übrigens, être selbst steht nicht im être Haus und wird im passé composé mit avoir gebildet. Wenn du das passé composé mit être verwendest, musst du das partici passé in Geschlecht und Anzahl an das Subjekt im Satz angleichen. Bei einem männlichen Subjekt verändert sich das partici passé nicht. Aber bei mehreren männlichen Subjekten hängt man ein s an. Bei einem weiblichen Subjekt ergänzt du ein e und bei mehreren weiblichen Subjekten ein es. Wir machen das mal an einem Beispiel. Charles est arrivé chez moi. Charles ist ein Junge. Deswegen verändert sich das partici passé nicht. Paul et Jules sont arrivés aussi. Paul und Jules sind zwei Jungen. Deswegen wird an das partici passé ein s gehängt. Das gilt übrigens auch für den Satz, Charles et Louise sont arrivés. denn bei Subjekten verschiedener Geschlechter gilt stets die männliche Grammatik. Louise est arrivé à sept heures. Louise ist ein Mädchen. Daher bekommt das partici passé ein zusätzliches e. Und zuletzt, Marie et Manon sont arrivés à huit heures. Marie und Manon sind beides Mädchen. Deswegen erhält das partici passé die Endung es. Du benutzt das partici passé um Handlungen, Aktionen und Ereignisse in der Vergangenheit zu beschreiben, die zeitlich begrenzt sind. Charles est arrivé. Das Ankommen selbst hat nicht lange gedauert und damit eine einmalige und zeitlich klar definierte Handlung. Du benutzt das passé-composé auch für aufeinanderfolgende Aktionen, die zusammen eine Art Handlungskette bilden. Marie a apporté des fruits et Jules a mangé une pomme. Erst hat Marie das Obst mitgebracht und dann hat Jules einen Apfel gegessen. Nun weißt du eine Menge über das passé-composé. Dass man es mit den Hilfsverben avoir und être und dem Partizip passé bildet. Welche Verben mit être gebildet werden, wie du dabei das Partizip angleichst und wann man das passé-composé verwendet. Der Abend mit meinen Freunden ging übrigens noch schön zu Ende. Nous avons mangé le gâteau et les fruits, puis nous avons joué aux cartes et nous avons beaucoup parlé. Mes amis ont parti très tard. Vielleicht erzählst du auch einmal von einem schönen Erlebnis in der Vergangenheit. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem passé-composé. A bientôt. A bientôt day. A bientôt. A B heute. Amanthypo. Toil. A z.